Ofenfrische, gefüllte Paprikaschoten auf einer deftigen Tomatensauce. Klingt einfach, ist es auch, schmeckt hervorragend. Wie das funktioniert, seht ihr in diesem Video. Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Okay now, from the beginning. Hit it boys! Wir freuen uns total darüber, dass sich so viele Zuschauer dieses kleine Gericht gewünscht haben. Gefüllte Paprikaschote. Und es ist wirklich super, super easy. Wir haben natürlich vier Paprikaschoten für vier Personen. Ich habe hier 600 Gramm gemischtes Hackfleisch. Wer jetzt nur Rind haben möchte, überhaupt kein Problem. Ich habe für das Hackfleisch zwei Eier. Ich habe zwei Zwiebeln schon mal fein gewürfelt. Dann ganz wichtig, wir haben hier Reis, 200 Gramm gekochten Reis. Der kommt nachher später zur Hackfleischfüllung als Lockerung praktisch hinein. Dann haben wir eine schöne, saftige Füllung. Eine Prise Zucker, ein bisschen Oregano und auch ganz wichtig für meine Paprikaschoten, das sind jetzt hier 750 ml stückige Tomaten aus der Dose, weil die bringen uns schon Geschmack mit. Wir fangen an mit der Tomatensauce. Für unsere schnelle Tomatensauce schwitze ich jetzt erst einmal eine Zwiebel an, dass die schon mal so ein bisschen Geschmack entwickelt, in ein wenig Olivenöl. Und damit das Ganze unterstützt wird, gebe ich da schon mal eine Prise Zucker da drauf, weil Zucker und Salz ziehen Wasser. Und das ist genau das, was ich jetzt möchte. Ich möchte an den Geschmack meiner Zwiebel heran. So, schaut mal, wenn das hier so lecker aussieht und wenn das so duftet, das könnt ihr leider nicht wahrnehmen, geben wir da unsere Tomaten obendrauf. Und das ist wirklich die schnellste Art und Weise, eine gute Tomatensauce zu kochen. Salz und Zucker ist schon drin. Was mir jetzt fehlt, ist mein Oregano, da kommt er jetzt hinein. Und kräftig Pfeffer. Dann lassen wir das ein bisschen kochen. Zeit genug, die Paprika schon mal vorzubereiten. Und was ich da immer mache, ich schneide den Deckel relativ breit weg. Aus einem einfachen Grund, weil ich möchte eigentlich gerne dieses Grüne erhalten, weil es kommt später als Deckel wieder oben drauf. Und jetzt brauche ich nur das Kerngehäuse hier herauszubrechen. Und wenn wir das bei allen Paprikaschoten gemacht haben, dann spülen wir das nochmal unter klarem Wasser nach, damit wirklich alle Kerne heraus sind. So, unsere Hauptdarsteller sind vorbereitet. Ich habe jetzt extra gelb und rot genommen. Das kann aber jeder so machen, wie er möchte. Ich finde es schöner von der Farbe nachher. Mein Reis, den gebe ich jetzt hier auf mein Hackfleisch oben drauf. Als Lockerungsmittel. Und da kommt jetzt auch gleich meine geschnittene zweite Zwiebel dazu. Es gibt ja in vielen Hackfleischgerichten immer den Hinweis, man möge die Zwiebeln vorher anschwitzen, damit sie mehr Geschmack abgeben. Da wir das Ganze aber jetzt im Ofen ungefähr 45 Minuten schmoren, sind die Zwiebeln auf jeden Fall gar. Es geht dann halt auch so. Die beiden Eier gebe ich dazu. Noch eine Spur Oregano, weil die haben wir ja auch in der Soße. Und kräftig Salz und Pfeffer. Immer wieder erstaunlich, was so eine rohe Hackfleischmasse doch an Gewürzen braucht. Und bitte bedenkt auch, der Reis wird euch auch relativ viel wegnehmen, weil der ja so neutral ist. Deswegen, die Hackfleischmasse soll später ja auch die Paprikaschoten würzen. So, das arbeiten wir alles unter. Die Hackfleischmasse geben wir jetzt in die Paprika hinein, teilen das so richtig schön auf, ein bisschen fester reindrücken, damit alle Hohlräume auch gefüllt sind. So, schaut mal, das sieht doch hier schon richtig nach feierlichem Essen aus, oder? Und da kommen jetzt hier unsere kleinen Schlumpfdächer oben drauf und auch die so ein bisschen festdrücken, damit das Hackfleisch hier in diese Mulden sich reinsetzt, damit es nicht gleich wieder runterfällt. Also, ich sage immer, willkommen in Schlumpfhausen. Und diese kleinen Prachtstücke hier, die setzen wir jetzt direkt in die Tomatensauce ein. So. Da kommt ein Deckel drauf. 45 Minuten bei 160 Grad in den Backen. Ah, da freue ich mich schon drauf. 45 Minuten sind vergangen. Und jetzt wollen wir uns doch mal unser Ergebnis anschauen. Also, wie ich finde, das sieht doch schon richtig gut aus. Wir bedauern das hier immer wieder, dass wir leider kein Geruchsfernsehen haben. Das ist so aromatisch. Und die vierte, die ist zum Probieren, die wird gar nicht freigegeben. Die ist für den Koch. Und da geben wir jetzt noch unsere Tomatensauce nochmal so an die Seite. Und es sieht, wie ich finde. Aber ihr dürft das gerne in die Kommentare hineinschreiben. Ein bisschen so aus wie bei Papa in Italien. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Ich muss jetzt mal diesen kleinen Deckel hier runternehmen. Der wird dann später verhaftet. Und jetzt wollen wir mal probieren. Und vielleicht ist es eine gute Idee, dass die Kamera das nochmal auffängt, wie das hier drin aussieht. Ich schneide jetzt ganz bewusst mal durch. Schau mal. Also, es ist doch wirklich wie gemalt. Und hier kann man jetzt auch gut erkennen, dass der Reis das Ganze wunderbar aufgelockert hat. Jetzt bin aber ich dran. Oh, habe ich einen Hunger. Und die Masse ist nicht nur locker, trotzdem hält sie auch richtig schön. Die Paprika ist noch knackig. Ich spüre es beim Schneiden. So, ein bisschen Soße. Lecker! Wem dieses kleine Rezept aus der mediterranen Küche gefällt, der möge uns bitte einen Daumen nach oben geben. Und das gesamte Team der La Cousina in Hamburg und Hannover freut sich über ein Abo, was natürlich auch kostenlos ist. Ich sage bis bald, auf Wiedersehen, weil ich habe hier noch was vor. Tschüss ihr Lieben!